Gibt's auch Musik oder gibt es nur Konzerte? Gibt's auch Erfolg oder gibt es nur Applaus? Gibt's nur Vernunft oder gibt's auch das Verkehrte? Wer wohnt denn nebenan im nächsten Haus? Die Welt ist rau und voller Dissonanzen, die man genießen könnte, wär man nicht gedrillt. Doch teilt man einen schlecht und gut und hält die Zeit für absolut und lernt schön willig sein anstatt gewillt. Man glaubt, was falsch ist, sei nicht wahr und lebt ein oberleerer Jahr und schafft sich Gott nach seinem Ebenbild. Und wenn's dann immer nur Konzert gibt anstatt Musik, dann ist man eigentlich ganz froh. Und mit der Zeit kriegt man sogar ein bisschen Angst und denkt, bevor du was verlangst, es geht auch so. Menschenskind Florian, was hat dir deine Frau getan? Nick nicht nur, hab kein Zorn. Noch einmal von vorn. Menschenskind Henriette, wozu hast du den Mann im Bett? Lüg nicht so, stoß ins Horn. Noch einmal von vorn. Kommt eine Kuh ums nächste Eck geflogen, denkt man, Nanu, wieso ist die so frei? Man fühlt sich eingeschüchtert und betrogen und ruft auf jeden Fall die Polizei. Die heilige Kuh, die darf bei uns nicht fliegen, die muss mit allen Beinen fest im Grase stehen, denn was nur fliegt, hat kein Gewicht, egal ob's schön ist oder nicht. Man muss Punkt sieben Uhr zur Arbeit gehen, man hat vom Leben nichts gehabt, nur seine Rechnungen berappt. Was soll ein Schmetterling und Orchideen? Und wenn es manchmal ein Konzert gibt, anstatt Musik, dann zeigt das immerhin Niveau. Man fühlt sich doch auf kurze Zeit konziliant und etwas Menschlichem verwandt. Es geht auch so. Menschenskind Eberhard, wozu hast du das Geld gespart? Noch ein Bier, noch ein Korn, noch einmal von vorn. Menschenskind Willi bald, dir ist doch nicht nur außen kalt auch. Dein Hirn ist eingefroren, noch einmal von vorn. Doch eines Tags lässt man die Kühe fliegen. Das liegt an uns und nicht am Karajan. Und man entdeckt das Leben als Vergnügen anstatt als Sorgenkind aus Porzellan. Dann schafft man Schule, Eigentum und Staat ab und lebt von Sinnlichkeit und Solidarität. Dann ist es Schnuppe, ob ich glänze. Ich habe ja keine Konkurrenz. Ich bin mein eigener Gott, mein eigener Prophet. Was als Gesetz galt, nun zerbricht's. Der Mensch ist Leidenschaft, sonst nichts. Weil die vergänglich ist, doch nie vergeht. Dann gibt's Musik anstatt Konzerte. Denn dann ist Misserfolg kein großes Risiko. Wer unterwegs ist, wird vom Weitergehen geküsst. Der Mensch darf werden, wer er ist. Es geht auch so. Menschenskind Benedikt, hat man dich wieder fortgeschickt? Köpfchen hoch, nichts verloren, noch einmal von vorn. Menschenskind Dagobert, bist du schon wieder eingesperrt? Doch du bist frei geboren, noch einmal von vorn. Menschenskind Ernestin, bist du noch immer Kellnerin? Keine Rose ohne Dorn, noch einmal von vorn.